Hallo, ich bin die Martina von Tricky Horse und das ist die Wakanda, unser erster Kandidat aus dem Projekt Lebenspferd. Wir haben heute jetzt unsere erste Liberty Session, also Freiarbeit Session. Die Wakanda ist jetzt eigentlich fast genau drei Wochen bei uns im Training und heute haben wir gesagt, jetzt macht man mal das Knotenhalfter runter und schauen wir mal, wie sie es so tut, wenn wir einfach freiarbeiten. Sie ist wunderbar, sie hört total viel zu, wir haben eine ziemlich gute Beziehung schon, wir zwei miteinander, sie ist ein super feines Pferd und super brav und ich möchte euch jetzt einmal ein bisschen zeigen, wie wir über die Plastikplande drüber gehen und vielleicht schaffen wir es auch, dass wir euch zeigen, wie cool wir schon über das Protest drüber gehen. Bitte, wie gesagt, das ist das erste Mal, also die macht das zum ersten Mal wahrscheinlich in ihrem Leben, dass sie so richtig freiarbeitet und jedenfalls das erste Mal bei mir und er ist drei Wochen da, also das ist jetzt nicht so schlecht. Ja, seid ihr dabei, schaut es euch an. Wir gehen einmal. Wir gehen einmal. Wir gehen einmal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018